servus liebe world of warcraft freunde die earthen werden unser neues verbündetes volk in world of warcraft the war within und dank datamining hat wowhead herausgefunden wie zahlreiche items customization optionen und so weiter und so fort zu den irdinnen aussehen werden wir wollen uns das in diesem video einfach mal anschauen wenn ihr keine weiteren news verpassen wollt zu the war within von der alpha und so weiter und so fort gerne den kanal abonnieren vielen dank für euren support und wir starten auch direkt rein wir fangen an mit den racial abilities also den volks fähigkeiten einmal haben sie eine art azerit woge wodurch die kraft des azerits entfesselt ist ein spell den ihr empowern könnt genauso wie diese manchen evoker fähigkeiten auf rang 1 macht es 113,4 prozent eurer zauberkraft als feuerschaden auf rang 2 heilt es eure verbündeten und auf rang 3 macht es diesen genannten feuerschaden plus nochmal extra zu dem gegner mit dem höchsten oder mit der höchsten gesundheit dann haben wir ingest minerals you are always well fed but cannot consume food also ihr könnt kein essens buff bekommen activate ingest minerals to consume a gem and change the benefit granted to you by well fed also ihr müsst kein buff food benutzen und bekommt je nachdem wenn ihr diese fähigkeit drückt könnt ihr einen smaragd oder ein mineral konsumieren bekommt dann ein buff entweder ausdauer haste masterschaft krit oder vielseitigkeit hyperproductive erhöht eure finesse beim craften wobei ich da gelesen habe da gibt es noch mal ein paar änderungen an den stats deswegen mal schauen was das wird dann haben wir titan rod frame eure basis rüstung von angelegten items ist um x prozent erhöht das könnte sehr interessant sein teilweise für tanks vor allem bei encountern die sehr sehr hohen physischen schaden raushauen und dann haben wir noch white eyed wonder wenn ihr erfahrung bekommt um ein gebiet zu erkunden also ihr seid zum ersten mal in einem gebiet und dann steht ihr da immer weiß nicht okre mal entdeckt ihr bekommt 52 ep bekommt ihr noch mal zusätzlich xp wird nicht die welt sein aber mein gott besser als nichts dann gibt es ein spezielles mount welches nur die earthen paladine freischalten werden können also so ein earthen steinbock und der sie ziemlich ziemlich cool aus muss ich an dieser stelle mal sagen gefällt mir sehr sehr gut das ist der character screen background im login screen wir haben die heritage armor also die traditions rüstung schon zu sehen bekommen die wird so aussehen passt finde ich ziemlich ziemlich gut zu den irdinnen das sind dann die schamanen totem die noch bekannt sind auch hier finde ich passt sehr sehr gut zur klasse beziehungsweise zur rasse sieht sehr sehr nice aus halt wie so ein steinklotz aber mit schönen effekten drumherum also alles in allem würde ich sagen sieht das sehr sehr stimmig aus was wir bisher wissen und dann gibt es noch die customization option und da gibt es ziemlich ziemlich viel was ihr auswählen könnt wow hat hat hier allein zig 30 tausend verschiedene kombinationen rausgeballert die klicke ich jetzt nicht alle durch aber wir sehen es was verändert werden kann bad belt gem also edelstein hier am gürtel könnt ihr auswählen oder wir scrollen es einfach mal durch wir haben den bart wir haben diesen belt gem wir haben die eigenbrauen die augenfarben die gesichtsform lässt sich anpassen gem color das sind diese edelsteine die ihr am körper tragt das lässt sich verändern dann wie diese steine überhaupt angeordnet sind könnt ihr verändern natürlich die haarfarbe und den haarstil also die frisur ganz ganz wichtig und dann haben wir noch so sachen wie ein glow effekt für eure hand das finde ich sehr interessant die hautfarbe lässt sich anpassen wie ihr seht in sehr sehr vielen farben auch das finde ich ziemlich cool muss ich sagen also da gibt es sehr sehr viele optionen wir haben dazu noch eine void version also eine leeren version und dann bei den männern haben wir fast dieselben optionen quasi also sind dieselben bereiche nur halt mal mit ein bisschen unterschiedlichen frisuren etc pp das könnt ihr euch dann gerne noch mal selber durchklicken wenn euch das interessiert links in der video beschreibung und damit danke ich euch recht herzlich fürs zusehen schreibt mir gerne in die kommentare wie ihr die earthen findet bis dahin habt eine gute zeit und reingehauen